Was geht ab, Leute? Hier ist Triple Commentary, ein kranker Digger. Ginob mit der Sniper und Clint sitzen daneben. Wir versuchen hier eine... Nee, Cam nicht, aber wir versuchen irgendwie die Superall zu gewinnen. Gegen Camper. Einen Haufen von Campern. Genau. Dass es Camper gibt und Ghosts, wird euch nicht überraschen. Aber so ist das Leben. Ich hol mir erstmal den Kaffer und gucken, was da drin ist. Captain Price Tarnung und Captain Price Figur und... Nein, 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 nein. Nein, was machst du denn, Ginob? Ja, ich hab noch nicht so'n Vertrauen in meinen... Aiming, Sniper-Skill, was? Lass mich doch mal ran. Schnauze da auf den billigen Plätzen. Was, den hab ich nicht gehabt? Die zwei, komm. Guck mal, bitte. Das Leben ist schwer als Sniper. Auf jeden Fall auf dieser Map hier. Das ist keine Sniper-Map, Mann. Egal, ob Ginob wird trotzdem das Freefall gewinnen. Trust me. Jawoll, One-Shot-Kill. War das Revenge? Nee, das war der nicht. Nee, Revenge hätt's ja angezeigt gekriegt. Oh, da ist er. Ja! Messer kann er auch nicht, ey. Aber du führst hier zwei, Mann. Das war wieder... Ey, nur noch den Platz verteidigen, jetzt auf Konter. Ja, ja, okay, jetzt musst du in der Defensive spielen. Das war wieder Wischi-Waschi. Das ist wieder Wischi-Waschi. Genau, das war ein Wischi-Waschi. Komm, gleich Wischi-Waschi 2.0. Wischi-Waschi 2.0. Zwei Knife-Kills und drei Sniper-Kills. Uh, der war passabel, der war ganz passabel. Den könnte man auch morgens um 5 Uhr machen, wenn du dich weckst. Aber für Ginob ist es schon nicht schlecht. Jeder dreht sich um. Das ist eine Frau. Töte die Frau. Uh, du hast jetzt Kinder. Frauen und Kinder zuerst, Kind. Du hast den Hund. Oh, da kommt einer. Bushwookie, Bushwookie, Bushwookie. Aber nee, der Hund hat ihn. Der Hund hat ihn gefressen. Welcher Hund? Na, sein Guarddog. Ach, hier. Ach echt? Hab ich gar nicht gemerkt. Du spielst mit Hund? Ja, hab ich doch gerade geholt. Noobs spielen mit Hund. Deswegen spiele ich auch mit dem Hund. Er ist ein Sniper-Noob, also braucht er den Hund. Ich hab da einen gehört. Na, du hörst immer so viele, einige Sachen nachts. Ist immer schlimm. Und da verwirrt mich schon wieder ein Teammate. Du hörst auch mal Stimmje. Da ist schon wieder der blaue Teammate, der mich verfolgt. Aber wirklich, der Hund, der verwirrt mich auch immer so krass, ey. Der macht auch immer so komische Geräusche. Dann bellt er plötzlich. Dann denkst du, oh, du weißt jetzt, da ist irgendwo ein Gegner, aber du weißt nicht genau wo. Und seine komische Hundemarke, ja. Ich glaub, da oben war einer, Gino. Guck mal, er hat nur gewartet, wa? Ja. Nee, der ist dann gespawnt, oder wie? Ach, drei, für ein Sniper-Gameplay ist da nicht so schlecht. Guck mal, dein Hund guckt schon wieder, Alter. Dein Hund ist ein richtiger Killer-Dog, Alter. Doggy, komm her. Fein, komm her. Komm, hier, Keksenkeks. Chappie. Komm, ja, wollte ich gerade sagen, Chappie. Chappie. Guck mal, Gino. Oder Hundekekse. Guck mal, Gino, ob's dog heißt Clint. Clint, komm her. Clint, zwei Füße. Das finde ich doch mal Idee für das nächste Call of Duty von Infinity Water. Kannst du dann so Split-Screen, die neue Art des Split-Screens, also du steuerst den Hund. Ja, Mann. Das wär's doch. Clint. Das wird als Überfeature verkauft dann so, richtig Überfeature. Bei Call of Duty Ghosts 2. Ich glaub, bei Call of Duty Ghosts 2 haben wir ungefähr so zehn Leute das Spiel spielen, ja. So sieht's aus. Clint, was ist los? Das ist ein Gegner, Mann. Oh, Hardscope. Ich will das Quickscope jetzt hier mal sehen. Wiss ihn doch mal nicht. Er muss doch wenigstens 0,1 Sekunden zielen können, ja. 0,1 Sekunden? Ja. Guck mal, ich werd ihn jetzt trollen. So richtig taktisch? Ja. Wirst du jetzt taktisch verarschen, ihn? Wirst du dich wirklich jetzt taktisch verarschen? Ich glaub, der ist weg, oder? Oder ist er dir hinterher gelaufen? Ich weiß nicht, hier liegt eine Leiche. Ich glaub, der Blaue hat ihn schon. Nee, der hätte ja plus 100 da gestanden, wenn der Blaue ihn hätte. Also der blaue Hund. Der Hund ist immer blau. Wo sind die denn alle? Da, auf jeden Fall ist ein Campern im Raum da. Wissst du, hab ich's gesagt? Mann, ich wollte mich shinnigen, aber es war geblockt. Blocked, blocked. Prone blocked. Oh, er hat einen Kill gemacht. Nice, Doggy. Da unten. Nein. Ja, die zweite Dings ging nicht. Der zweite Schuss ging direkt nicht. B-b-b-b-bar-Skill. Hast du ja auch... Clint! Clint! Was denn? Komm her. Okay, ich komme. Ich habe die Persönlichkeit eines Dogs. Du musst es auch hündisch sagen. Woo! Und dann sag ich, woo, woo. Er hat die Antwort. Who let the dogs out? Woo! 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 Who let's the squigscope out? Dann kommt der mit einer neuen Waffe an gegen den Sniper. Also der spinnt auch, ey. Ey, wie er die einfach des Game Mechanics missbraucht hier. Doggy, geh hoch und beiß ihn! In die Wade. In die Wade. So ein Wadenbeißer. Dankeschön. Dankeschön. Da ist er doch. Mensch, Clint, ey. Mensch. Ich bin schon ein verlässlicher Hund, Mann. Oh, er spielt jetzt sogar auf dem Panzer rauf. Siehst du? Ich folge dir treu. Ey, du bist nur Zweiter. Ich folge treu. Da oben ist einer. Du bist sogar nur Dritter. Ja, er spielt doch mit der Sniper. Was ist das denn? Ich glaube, da war einer, da war einer. Ey, Alter, hier ist einer. Ohne Scheiß. Da war einer. Wo denn? Da oben rechts, Mann. 100 Pro. Gucken wir mal. Aber ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, da war einer. 100 Pro, ich bin mir aber nicht sicher. Nein, 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 nein. Ja, da hinten. Doggy, geh hin und hol ihn dir, bitte. Dieser Andy-Typ, dieser Andy-Zweiter, der sitzt da die ganze Zeit nur und kemmt, Mann. Jetzt ist er tot. Ah, 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 ah. Oh Gott, war das schlecht. Aber gerettet. Gerettet, Mann. Hä? Ey, Alter. Sehr sauber. Sehr sauber. Wie Genob am... Mein Controller-Gaming ist so ein bisschen schwammig. Mein Controller-Gaming ist schwammig. Ja, mit dem ich mit dem Controller hier spiele. Du sollst ja auch nicht mit dem Controller spielen, du sollst Ghost spielen. Ey, die werfen... Guckt mal, was die alles blicken. Guckt euch das an. Da. Das ist wie ein Weihnachtsbaum. Die Map ist wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Obwohl wir gerade mal erst Ostern haben, noch nicht mal, ja? 18, 6, Mann. Ich denke mal, du kannst... Hast du eine Chance auf Platz 1? Den hätte ich auch noch hinbekommen. Nee, nee. Naja, Digga. Überschätze dich mal nicht. Digga muss ja mal gleich übertreiben. Auf jeden Fall. Denk dir mal, er ist immer noch ein Pro-Sniper. Nur weil er mal auf Rust gegen dich im One-on-One gewonnen hat. Mal? Fast jedes Mal. Was? Das nennt man Gerücht. Alter! Die Waffe ist ja ein Piece of Crap. Die sagt ja, ey. Nimm lieber eine normale Pistole. Oh, 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 oh. Ja, atmet. Komm, komm, komm. Das darf ich mir auch mal erlauben. Das ist gleich gedisst von Eilert. Das darf ich mir auch mal erlauben. Schon ob der Hardscope war. Einfach mal durchgeschnitten. Ja, das muss ja auch mal sein. Schon ob der Hardscope war, was gedisst, gehatet. 50 Dislikes hat das Video. Nur wegen dem Hardscope. Ja, was? Der hast du doch getroffen. Ey. Aber guck mal, nee, nee, nee. Der nennt sich Face-Sucker. Ja, der Cock-Sucker trifft das wohl eher. Junge, immer dieses Niveau. Uh, ja, man merkt, Ginob. Langsam kommt er zurück. Ich hab immer noch... Ja, dieser Stick, der macht mich gleich wieder 30% besser, Clint. Siehst du, sag ich doch mal einen Aimstick. Er spielt jetzt wieder mit den Control-Freaks. Fuh-Fuh-Freaks. Fuh-Fuh-Freaks. Nee, Control-Freak. Ja, weil du nur einen hast. Ah, Stuck! Genau. Was, Stuck? Ach so, du Stuckst. Sagt er jedes Mal, wenn er Stuck ist, dass er Stuck ist. Hä? Überfordert dich. Aber dieses Atmen, das gefällt mir nicht. Mann, ey, Mann, Spass. Komm, nee, nee, komm. Ey, ey, ey. Ich hab ungefähr... Ich hab das Spiel ungefähr sieben Monate nicht gespielt, okay? Ich hab das Spiel ungefähr sieben Monate nicht gespielt. Nein, und ich will grad gewinnen. Oder beziehungsweise noch ein akzeptables... Genau, jetzt diss ich doch mal nicht. Hallo, es ist free for all. Wirklich? Man, der Sniper auf einer Map, die überhaupt nicht Sniper-Tauke ist. Und alle sitzen hier rum, ja? Ich sag ja nur, dass er sie... bei MV3 in den Sack gesteckt hätte und mit Schiffe raushauen hätte. Ja, spielen wir hier MV3 oder Ghost, Digga? Lass mich kurz... Nee, wir spielen wie der Ghost noch MV3, sondern das heißt Ghost. Ghost. Fuck you, ey. Mit S am Ende. Oh, 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 oh. Jetzt aber quick. Quick, quick. Quick. Nix quick. Siehst du, das kann er nämlich nicht. Das kann er nicht. Ach, shut up. Egal, Mann. Brauchst du auch keine... Möchte gern Quickscops machen, nur weil Digga das möchte, ja? Ist doch voll schwachsinnig. Ja, aber das war so einfach gerade. Nein, 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 nein. C4? Das müssen wir doch nachladen, ne? Nee, komm, ich hätte in einer Sekunde länger angucken sollen. Ah, der M-Tater dich gemißt. Komm, nur ein Punkt Rückstand. Schaffst du, Mann. Komm, Platz 1. Wo sind die denn? Wenn ich rufst, wieder Clint. Hä, warum steht der denn so so? Gott, Alter, sitzt er, Entschuldigung. Stehen. Camper und stehen. Ich hab Sidrapp und sehe das Ding nicht. Interessant. Ah, der ist da immer noch. Okay. Hä? Wo gehen denn die Kugeln da immer hin? Sie flutschen ins Nirvana, Alter. Ins Nichts. Support Squad, Mate. Ey. Der ist einfach zu wiesig. Ich soll erst mal den Pilot, wie man es anscheinend voll sagen würde. Du hast erst mal den Pilot gekickt. Ey, nee. Das verstehe ich immer nicht. Jawohl, sauber, Mann. Komm, zwei Kills. Komm mal. Drei Kills. Uh, das wird knapp. Das wird knapp. Da kommt immer einer. Da kommt immer einer. Das baut gleich. Ja. Uh. Oh, ne. Oh, ne. Scheiße, mein Hund noch gekickt hat. Nein. Komm, komm, Zweiter ist doch okay, oder? Nee, ist nicht okay. 28.13 hast du meinen Account vernichtet. Na, komm. Das kann man zeigen. Naja. Leute, kann man das zeigen oder kann man das nicht zeigen? Das kann ich zeigen. Luscious Glac. Mann, hätte ich mal gewonnen, ey. Aber langsam musst du warm. Jetzt im nächsten Spiel gibt es 30,5.